Die städtischen Kindergrippen ergänzen das umfangreiche private Angebot für die Kinderbetreuung, gerade im Kleinkinderbereich. Wir haben in den letzten Jahren an sechs, neun Standorten zehn Gruppen eröffnen können. Jetzt mit der Löhnenstraße und der neuen Kindergrippe am Bremen-Sardenser-Weg wird das stadtteilnahe Angebot weiter vertieft. Ich denke, das ist sehr wichtig für eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Menschen, die in unserer Stadt wohnen. Insgesamt werden ja über 2000 Kinder im städtischen Kindergarten betreut. Wichtig ist aber auch wirklich für Kleinkinder, wenn es die Eltern wünschen und brauchen, ein Angebot zu haben. Und so haben wir unter anderem eine Gruppe auch, wo Kinder bereits ab einem Jahr aufgenommen werden können.